Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 28. Januar 2010 berichtete die Berliner Morgenpost über Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg. Am 27. Januar 2022 war hier bei uns im Haus die große Pressekonferenz der Erzdiothese München und Freising zum Münchner Gutachten. Und am gleichen Abend hat die Katholische Akademie in Bayern ebenfalls hier im Saal eine viel beachtete Podiumsveranstaltung über Schritte der Aufarbeitung durchgeführt. Heute, ein Jahr später, am 24. Januar 2023, wollen wir unser Versprechen einlösen, dran zu bleiben an diesem heiklen Thema, dem größten kirchlichen Skandal der Gegenwart, um unfassbare Verbrechen und ihre Vertuschung. In diesem einen Jahr ist viel geschehen. Die Erzdiothese München und Freising hat vorige Woche auf einer Pressekonferenz umfassend berichtet, was inzwischen alles unternommen wurde. Ein Imagefilm und eine Broschüre wurden vorgestellt und geben darüber Auskunft und seien Ihnen allen herzlich empfohlen. Ich möchte an dieser Stelle den Referentinnen und Referenten des heutigen Abends ganz herzlich danken, dass sie bereit waren, ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung alle nochmal um eine Woche zu verschieben. Wir haben das quasi von letzten Dienstag auf heute umgelegt, damit die Erzdiothese diesen Termin erhalten konnte. Und dafür herzlichen Dank, dass das ging. Wir können heute gut auf das aufbauen, was letzte Woche war, denn heute wollen wir gar nicht so sehr nur auf München schauen, sondern die Bundesebene in den Blick nehmen. Das hatten wir uns schon letztes Jahr vorgenommen. Und wir wollen heute auch nicht so sehr bilanzieren, was alles gut gelaufen ist. Dafür gibt es jetzt diese Broschüre, sondern wir legen heute unseren Fokus eher auf Themen, bei denen wir noch Gesprächsbedarf sehen und offene Fragen. Und dazu begrüße ich Sie alle sehr herzlich, verehrte Damen und Herren hier im Saal, aber auch zu Hause, wo immer Sie sind und unserem Livestream folgen. Heute ist ja auch eine digitale Teilnahme möglich und unser Studienleiter Martin Dabrowski betreut Sie im Stream und ist dort auch dafür da, Sie nachher in Breakout-Rooms zu entlassen und dort auch Ihre Fragen dann aus ganz Bayern oder woher Sie kommen, auf unser Podium einzuspielen. Ich möchte noch ein kleines Novum erwähnen. Erstmals haben sich auch Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung teilweise vor Ort bei uns angedockt. Sie folgen auf eigenen Veranstaltungen in unserem Stream und diskutieren dann dort in Präsenz. Und auch deren Fragen können dann nachher hier in unser Podium in der dritten Runde in München eingespielt werden. Das Ganze ist ein Experiment. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen wir heute Abend damit machen. Und jedenfalls grüße ich auch ganz herzlich diejenigen, die über das Ticket des katholischen Bildungswerks Berchtesgadener Land und der katholischen Erwachsenenbildung Rottal in Salzach und der KIB in Stadt- und Landkreis Passau heute Abend uns zuschauen. Danke, dass Sie unsere Veranstaltung bereichern. Für unser Gespräch haben wir vier ExpertInnen eingeladen, die uns helfen sollen, die aktuelle Lage zu verstehen. Ich begrüße zuerst hier zu meiner Linken Frau Ministerialrätin Dr. Manuela Stötzel. Sie ist Diplom-Psychologin und Fachpsychologin für Rechtspsychologie. Seit 2008 arbeitet sie schon im Familienministerium BMF, SFJ im Bereich Kindeswohl, Kinderschutz. Und heute ist sie Leiterin des Arbeitsstabes der UBSKM, also der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist das Amt, das die Bundesregierung als Reaktion auf die Missbrauchsskandale des Jahres 2010 eingerichtet hat, um sich der Anliegen der Betroffenen anzunehmen. Ich glaube, in der Vakanz zwischen Röhrig und Klaus hatten Sie auch die Leitung des Amtes inne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße dann Prof. Dr. Bernhard Arnuth. Er ist Leiter der Abteilung für Kirchenrechte an der Universität Tübingen. Nebenamtlich ist er Diözesanrichter und auch stellvertretender Vorsitzender der Kommission sexueller Missbrauch in Rottenburg-Stuttgart. Er hat sich intensiv aus kanonistischer, also kirchenrechtlicher Perspektive mit der Aufarbeitung des Missbrauchs befasst. Besonders intensiv, soweit ich sehe, mit den Verhältnissen im Rheinland, also unserer gemeinsamen ehemaligen Heimat, wenn ich das so sagen darf. Auch herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich begrüße drittens Frau Professorin Dr. Julia Knob. Sie hat den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Erfurt inne. Seit 2021 ist sie gewählt, ist Mitglied als Einzelpersönlichkeit im Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland. Und seit 2020 bereits auch Mitglied der Vollversammlung des Synodalen Weges und des Synodalforums I, Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. Julia Knob hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht für ihre scharfen Analysen der kirchlichen Situation und gerade auch der Kirche in unserer Gesellschaft und für durchaus pointierte Stellungnahmen, wenn ich das so sagen darf. Für Julia Knob und Bernhard Arnoth gilt, dass wir uns aus unserer Bonner Studienzeit kennen, auch wenn wir jetzt, Bernhard, uns glaube ich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Trotzdem, wir sind per Du und ich würde vorschlagen, wir bleiben das auch heute Abend. Und das käme mir sonst irgendwie ein bisschen komisch vor. Gut, dann begrüße ich viertens, last but not least, Herrn Johannes Norpoot. Er ist Diplom-Sozialwissenschaftler und arbeitet bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon. Dort ist er mit dem Thema Datenschutz, aber auch mit Personalentwicklung befasst. Das heißt, er ist gewohnt, mit einem professionellen Blick auf Prozesse zu schauen. Das fließt sicher auch in sein ehrenamtliches Engagement ein. Denn ehrenamtlich engagiert er sich seit 2020 im Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz und ist dann auch in dessen Sprecherteam gewählt worden. Und auf diesem Ticket mit dem gesamten Sprecherteam ist er eben auch ständiger Gast bei der Synodalversammlung des Synodalen Weges und bringt die Anliegen der Betroffenen eben dann auch dort ein. Ich möchte mich genau wie vor einem Jahr zunächst dem Vertreter der Betroffenen zuwenden, nämlich Ihnen, Herr Norpoot, und zwar einfach mit einer ganz offenen Frage, auf Ihre, wie ich finde, etwas seltsame Rolle. Sie engagieren sich ehrenamtlich für Aufarbeitung. Das heißt, auf der einen Seite vertreten Sie Interessen von Betroffenen. Auf der anderen Seite helfen Sie der Kirche, das Geschehene aufzuarbeiten, zu überwinden und damit in der öffentlichen Meinung auch wieder Punkte zu machen. Aber das heißt, Sie opfern Freizeit für diese Aufarbeitung und Sie setzen sich dadurch aber im Grunde permanent auch Triggerpunkten aus. Ganz persönliche Frage. Dadurch wird dieses Thema ja in Ihrem Leben, nimmt es ja viel mehr Raum ein, als es müsste. Also hat die Thematik nicht damit eigentlich zu viel Macht über Sie? Sie könnten das doch ganz anders dosieren, wenn Sie sich da nicht noch ehrenamtlich engagieren würden. Ja und nein. Ich will es mal so ausdrücken. Macht ist in meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt nichts Negatives, sondern eher eine Gestaltungsoption. Also insofern würde ich das an dieser Stelle für mich mittlerweile verneinen, dass dieses Thema Macht über mich hat. Vielleicht habe ich das unsäglich oder unfassbare Glück, nicht unsäglich, das unfassbare Glück, dass ich über die Jahre hinweg, insbesondere meiner persönlichen Aufarbeitung, meine Sprachfähigkeit an dieser Stelle wiedererlangt habe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich, bevor ich mich im Rahmen der Betroffenenarbeit engagiert habe und ein Stück auch in dieser katholischen Kirche geoutet habe, so eine kleine Verbandsgeschichte, die ich nicht hinter mich gebracht habe, sondern auf dem Buckel habe. Ich habe viele Jahre auf der Bundesebene, zum Beispiel der Kolping-Jugend, und das BDKJ gearbeitet. Ich war viele Jahre Mitglied im Bundesvorstand des Kolping-Werks Deutschland. Und insofern a, sicherlich bekannt auf der Ebene, aber b, auch mir hat diese Geschichte einen Zugang gegeben, um die Stimme von Betroffenen deutlicher zu positionieren, als das bis jetzt der Fall war. Weil, das muss man ehrlicherweise sagen, dass bis zu der Vereinbarung, bis zu der gemeinsamen Vereinbarung, es keine strukturelle Stimme gab für Betroffene. Und selbst heute, was immer noch zu erheblichen, oder da erheblicher Nachholbedarf ist, was Vernetzung etc. Ich gucke gerade auf den Kollegen des Betroffenenbeirats hier in der Erzsitzhöhe München und Freising. Wir müssen wissen, dass gesamte katholische Deutschland ist in irgendeiner Art und Weise strukturell vernetzt. Es gibt von der Ortsebene bis zur Bundesebene in nahezu allen Bereichen eine Durchgängigkeit. Viele von Ihnen kennen die katholischen Verbände, zum Beispiel das Kolping-Werk. Das ist mal ein Beispiel. Oder der Frauenbund oder die Jugendverbände. Aber auch die Fahrgemeinderäte. Nur genau das ist eben bei den Betroffenen zum Beispiel nicht passiert. Und insofern ist das vielleicht für mich, oder wenn der liebe Gott an dieser Stelle mir noch die Sprachfähigkeit zum Glück gelassen hat, die vielen, vielen Betroffenen abgeht, die sie nicht haben, dann ist das vielleicht auch nochmal eine dankbare, nicht nur eine dankbare, sondern eine wichtige Aufgabe, die Dinge einfach ins Wort zu bringen. Und aufgrund meiner persönlichen Geschichte in der Schöpfungsgeschichte steht, als erstes erschuf der liebe Gott das Ehrenamt. Also insofern ist das für mich nicht negativ besetzt. Sie haben jetzt die Strukturen angesprochen. Sind Sie insgesamt, oder die Betroffenen, die Sie auch vertreten, insgesamt zufrieden mit den Strukturen, in denen diese ehrenamtliche Arbeit jetzt möglich ist? Oder gäbe es da Änderungswünsche, damit sich der Einsatz für Sie auch noch etwas mehr lohnt oder fruchtbarer werden kann? Da ist noch unfassbar viel Luft nach oben. Also die Frage der Vernetzung ist eins und eine Frage. Der Betroffene bei der Deutschen Bischofskonferenz, da legen wir großen Wert darauf. Wenn gleich ich seit gestern schon fast gewillt bin, die ein oder andere Solidaritätsbekundung zum einen oder anderen Deutschen Bischof zu senden. Zu fünfen nicht, aber das ist nochmal eine andere Frage. Da ist Luft noch nach oben, wenn man sich anguckt oder wenn man sich überlegt, wir Betroffenen, die uns in der Betroffenenarbeit engagieren, machen das nicht, weil es uns wahnsinnig viel Spaß macht, weil wir eine Erfüllung darin sehen, sondern weil, wie gesagt, bei uns noch Sprachfähigkeit da ist, anders als bei vielen Hunderten und Tausenden anderen von Betroffenen. Und da wird das Engagement mehr oder minder als normal vorausgesetzt, weil ja vieles im Rahmen des katholischen Laienkatholizismus ehrenamtlich organisiert wird. Und dann müssen sie um Fragestellungen von Aufwandsentschädigungen von Kilometergeld kämpfen. Und das ist schon besonders. Deshalb ist da jede Menge Luft nach oben, angefangen von der Diözesanebene, auch bis zum Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, weil die sind dafür verantwortlich. Deshalb nehme ich die Bischöfe an dieser Stelle mal express, es wäre bis davon aus. Das betrifft die Ausstattung genauso wie Strukturen der Vernetzung und so weiter. Frau Stötzl, Ihre Einrichtung hat die bestehenden Strukturen ja mit den Bischöfen ausgehandelt. Und wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Er sagt Luft nach oben. Wir hatten gerade den traurigen Fall in Köln, wo der Vorsitzende eines betroffenen Beirats zurückgetreten ist. Ist das eine bedauerliche Ausnahme oder ist da doch irgendwo noch ein Konstruktionsfehler? Wie schauen Sie auf diese Strukturen nach einigen Jahren, in denen sie jetzt quasi beschlossen und dann aufgebaut wurden? Ein bisschen der Blick in die Glaskugel, das fällt natürlich schwer. Und man müsste eigentlich in die Differenzierung gehen und die verschiedenen Konstellationen. Dafür sind wir her da. Genau. Da reicht die Stunde wahrscheinlich nicht. Man müsste in die einzelnen Bistümer schauen. Und da haben wir auch, wie auf Bundesebene, nicht an jeder Stelle den totalen tiefen Blick. Aber natürlich bekommen wir die großen und auch medialen Prozesse mit. Und als Mitkonstruiererin der gemeinsamen Erklärung, da muss man sich ja auch ein paar Sätze zu sagen, kann ich davon ausgehen, dass das allen bekannt ist, ist das natürlich schon wirklich ein bedauerlicher Rücktritt und tut das richtig weh. Also wenn es gelingt, und das ist in vielen Bistümern gelungen, auch hier sitzt ein Vertreter einer solchen Kommission, wenn es gelingt, in einer ehrenamtlichen Konstruktion für die wirklich herausgehobene Bedeutung, die, so war zumindest unsere Zielvorstellung, auch diese Kommission ausfüllen sollen. Das haben wir lange verhandelt. Wenn da, auch da geht es sich ja um Rahmenbedingungen und Haltung und alles Mögliche, wenn es nicht gelingt, das ins Laufen zu bringen. Das ist, das, das, ja, ich glaube, man kann auch sagen, das schadet dem Prozess insgesamt, weil das natürlich die, also die große Zielsetzung auch, die wir hatten, und das macht man über so langweilig erscheinende Instrumente wie Vereinbarungen, Erklärungen, man baut Strukturen, die bringen zunächst mal jedenfalls eine Verbindlichkeit rein, dafür sind die da, die müssen aber mit Leben gefüllt werden, mit Menschen, die das machen, in nicht immer einfachen Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen muss man irgendwie an eine Verwaltungsstruktur packen und dann wird es oft eng. Ich sitze ja hier selber auch für eine Verwaltung. Auch wir haben einen Betroffenenrat beim Amt schon sehr lange. Das ist, die sind für uns eine Bank und begleiten auch die fachlichen und politischen Fragen des Amtes. Wenn hier ein Mitglied sitzen würde, würde es auch Wünsche formulieren und aus gutem Grund. Aber es ist zumindest ein Weg und dem muss man, kann man ja fast nicht sagen, weil Zeit ist wahnsinnig viel ins Land gegangen, aber dennoch, diese Vereinbarung ist noch gar nicht so alt. Die wird jetzt, muss ich kurz rechnen, im Juni drei Jahre in der Unterzeichnung. Das sind ganz schön komplexe Strukturen, die sich darüber aufbauen sollen. Und jetzt sind wir gerade soweit, die Bischofskonferenz veröffentlicht das ja auch sehr, sehr regelmäßig, kann man immer im Netz nachschauen, welches Bistum ist, wie weit. Also die allermeisten sind jetzt im Laufen, aber müssen die Frage natürlich auch ausdefinieren, das ist ja nicht so trivial, was ist unser Auftrag genau, wie definieren wir Aufarbeitung, welche Vorarbeit, also wenn ich auf Rottenburg schaue, dann, oh, das ist ja, also die Älteste wahrscheinlich, überhebt mich nicht, wenn ich das sage. Da gibt es also eine Geschichte, eine Historie, Vorarbeiten, und das ist 27 Mal, wenn wir die Militärbischöfe noch dazu nehmen, 28 Mal anders. Und Bund muss immer antreten mit dem Ziel, wir versuchen einheitliche Kriterien zu formulieren. Und das führt, egal in welchem Themenfeld sie unterwegs sind, dazu, dass es Extrema gibt. Köln war leider eins. Und das schafft natürlich auch kein, nehmen wir den Begriff Vertrauen in diese Strukturen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Jetzt hat sie dir den Ball schon zugespielt, der, das war ja tatsächlich auch der Vorwurf im Raum, dass die Unabhängigkeit der Strukturen in Köln in Frage stand. Wie schaust du als Jurist auf diese Unabhängigkeit? Siehst du das gewährleistet oder siehst du auch noch Luft nach oben? Und quasi, wie könnte der Raum nach oben beschritten werden? Vielleicht muss ich vorher klarstellen, dass die Kommission, der ich angehöre und den stellvertretenden Vorsitzenden habe, eine Interventionskommission ist, die es in Rottenburg als Sonderfall schon länger gab. Und wir sind als Kommission sexueller Missbrauch in Rottenburg genau in Frage der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung nicht müde geworden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch die Geschichte der Kommission sexueller Missbrauch aufgearbeitet werden muss und wir das nicht selber machen können und sollten. Insofern, also die Aufarbeitungskommission gibt es parallel dazu und die findet sich auch gerade noch. Das nur, um die Strukturen zu klären. Stichwort Unabhängigkeit. Also als Kirchenrechtler stolpere ich darüber, dass die Mitglieder der Aufarbeitungskommissionen bischöflich befristet ernannt werden. Dann mögen da zwar einige Mitglieder von der Landesregierung vorgeschlagen werden und insofern tatsächlich jetzt nicht aus den kirchlichen Strukturen heraus in die Kommission wachsen, aber sie werden alle vom Bischof benannt. Und das auf drei Jahre, Wiederernennung ist möglich. Das heißt, die Entlastung des Bischofs von unliebsamen Aufarbeitungskommissionsmitgliedern bedarf nicht einmal einer Abberufung, sondern kann einfach durch Nicht-Wiederberufung geschehen, weshalb mich das Etikett Unabhängigkeit da nicht draufgeklebt hätte. Aber eben die Tatsache, dass hier Mitglieder nicht von der Kirche ausgesucht werden, sondern tatsächlich zum Teil von der Landesrede vorgeschlagen, das sind Elemente, die in eine gute Richtung gehen. Ich bin mit dem Begriff Unabhängigkeit insgesamt zurückhaltend. Der wird kirchlich schon mal sehr schnell zur Entlastung von Hierarchen verwendet. Was wäre denn eine Alternative? Gibt es andere Modelle, die man sich vorstellen könnte, als das jetzt Gefundene? Also Institutionen, die ihre eigene Geschichte im Umgang mit sexuellem Missbrauch selbst aufarbeiten, finde ich immer problematisch. Und das gleichermaßen für die katholische Kirche gesagt, wie für Sportverbände oder andere Einrichtungen gesagt. Aufarbeitung braucht den unverstellten und dann wirklich im letzten unabhängigen Blick von außen. Wäre zumindest meine Idee dafür. Und das geht nur, wenn es Dritte machen, also wenn es Außenstehende machen. Wie immer das dann organisiert ist, in der staatlich bestellten Wahrheitskommission über das Instrument eines individuellen Rechtsaufarbeitung, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass dann bei einer staatlichen oder von der Stiftung betragenen Stelle geltend gemacht und durchgesetzt werden kann, das scheint mir der Königsweg und der einzig wirklich erfolgsversprechende Weg. Also die Bemühungen mit den Aufbereitungskommissionen will ich damit nicht schlechtreden. Ich nehme da auch, das was ich so mitbekomme, wirklich viel Engagement, war in einer Aufgabe, die ehrenamtlich eine echte Mammutaufgabe ist. Also insofern da vollen Respekt für alle, die sich da engagieren. Aber wenn du fragst, wo ich Luft nach oben sehe, da sehe ich sie noch. Julia, wie würdest du das aus theologischer Sicht sehen? Ihr habt im Forum 1 ja viel über die Verteilung und auch über die Legitimation von Macht nachgedacht. Siehst du hier die Prozesssteuerung, sage ich mal, richtig verortet? Oder wo gehört das aus theologischer Sicht hin? Ich glaube, aus Sicht der Erfahrungen auf dem Synodalen Weg ist eine Differenzierung wichtig, eine Aufgabendifferenzierung, die von Anfang an angelegt worden ist. Da kann man darüber streiten, ob die richtig war. Aber es gibt zunächst mal eine Aufgabenverteilung, dass man sagt, die konkrete Aufarbeitung, also die konkrete Bistümer, Namen, Daten, Zeiträume, Schwere von Vergehen und so weiter betrachtet, das ist nicht Aufgabe der Synodalversammlung, sondern die Synodalversammlung kümmert sich auf einer etwas abstrakteren Ebene um das, was man systemische Faktoren, also etwas bildlich gesprochen, die Schieflage, die im System Kirche, auch in der Spiritualität, in der Theologie von Kirche, im Amtsverständnis und so weiter, selbst mit drinsteckt und die Missbrauch leichter möglich macht und schwerer ahnden lässt. Das sind schon mal zwei sehr verschiedene Aufgaben. Und ich würde noch eine andere Aufgabe unterscheiden. Das ist die Aufgabe der Strukturentwicklung von Bistümern. Ich würde sagen, Strukturentwicklung von Bistümern ist Leitungsaufgabe. Da muss die Führungsspitze auf jeden Fall mit drin sein. Da muss auch Überzeugung von oben bis unten durchgetragen werden. Aber ich würde sagen, Aufarbeitung, also Selbstkritik, ist keine pastorale Aufgabe, ist keine Aufgabe von Leitung, denn dann haben wir sofort diese Rollendiffusion, dieses Ineinander von Rolle. Dann ist der Bischof gleichzeitig der Richter, der Kläger, der Beklagte, der Verteidiger und es spitzt sich dann in dieser Rolle zu. Das halte ich für hochproblematisch. Und da wird im Grunde ein altes Bild von Kirche wieder mitkolportiert. Und da, glaube ich, müssten auch wirklich staatliche Stellen noch mal reingehen. Ein altes Bild von Kirche, wir nennen das in der Theologie die Societas Perfecta, also die Gesellschaft im Grunde alles selber regeln kann, die ihre eigenen moralischen Regeln, ihre eigenen Strukturen hat, wo keiner reinfunken darf und wo es keine Kriterien geben darf von außerhalb, denen sie gehorchen muss. Also das wäre für mich so ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, Unabhängigkeit der Aufarbeitung, das müssen Dritte machen, um genau diese Rollendiffusion nicht hinzukriegen. Es gibt aber, letzter Punkt, es gibt eine Berührung, Synodalversammlung und Aufarbeitung, das sind die regelmäßigen Berichte. Und ich würde sagen, es ist gut, dass es die gibt, dass Bischof Ackermann und demnächst Bischof dieser berichten, was aus ihrer Perspektive verlaufen ist. Und es ist noch besser, dass Johannes Norpold oder einer von euch dann darauf reagiert. Aber es ist gut, weil es eine gewisse kritische Öffentlichkeit dafür herstellt. Aber es ist zugleich ein Symptom eines problematischen Verhältnisses. Denn wenn derjenige, der zuständig ist, wenn der einen Selbstbericht macht, dann kann das nur eine Erfolgsgeschichte sein. Dann kann das nur etwas sein, wo ganz viele Komparative drin sind. Wir müssen noch mehr auf die Betroffenen zugehen. Wir müssen noch mehr hören und, und, und. Wir kennen alle diese Floskeln. Und die Synodalversammlung ist ja auch nicht das Gremium, das einen solchen Bericht entgegennehmen könnte. Die hört sich das an, aber die ist nicht wie bei einer Wirtschaftsprüfung oder bei einer Akkreditierung in der Rolle zu sagen, so Freund, und an diesem Punkt machst du jetzt dies und jenes. Und wenn nicht, dann wird das und kommen diese und jene Konsequenzen. Also da haben wir wieder dieses, wir regeln es selbst, wir loben uns selbst, wir holen uns das Lob auch noch von der Repräsentanz von Kirche ab. Und wenn du sagst, da müsste eigentlich von außen noch mehr Druck kommen oder da müsste der Staat quasi das Steuer in die Hand nehmen, wie kann man denn dann umgekehrt gewährleisten, dass sich die Kirche dann nicht, wie soll ich sagen, fein rauszieht? Also in Österreich das Beispiel ist ja kursiert, wo quasi eine staatliche Kommission das macht und dann aber die Kirche da auch theologisch das letztlich nicht mehr aufarbeiten muss. Also wie kann man denn dann umgekehrt gewährleisten, dass die Kirche ihren Teil der Hausaufgaben trotzdem macht und sich dann nicht darauf zurückziehen kann, dass das läuft jetzt dort? Ich glaube, indem man sich ganz klar macht, welche Aufgaben alle zu tun sind. Die Aufarbeitung ist eine Aufgabe, die ist zu tun, die muss getan werden, aber diese Ebene Analyse systemischer Faktoren und Entwicklung von Kirche, die muss ja auch getan werden. Und deswegen würde ich da sagen, das eine tun, das andere nicht lassen und vor allem die Rollen genau klären. Ich sehe bei einer Delegation der Aufarbeitung an Dritte einen Riesenvorteil, aber auch eine Gefahr, dass man eben sagt, okay, dann können die das ja machen, dann kann bei uns alles so weitergehen wie bisher, weil ja der Rest super ist und der Rest keinen Erneuerungsbedarf hat. Aber da kommen wir dann, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, also in grundsätzliche Fragen, wo sitzt eigentlich das Problem Missbrauch in der Kirche und welche Folgerungen lassen sich aus dieser Verortung von Missbrauch ableiten und wer hat dann welche Aufgaben? Das bringt mich jetzt noch mal zu Ihnen, Frau Stötzl. Die UBSKM Kerstin Klaus wurde damit zitiert, dass sie grundsätzliche Bedenken an der Aufarbeitung in der katholischen Kirche anmeldet. Welche Bedenken sind das denn auf Ihrer Seite? Was müsste sich aus staatlicher Sicht in der Kirche konkret ändern? Ich weiß genau, welche Meldung Sie im Kopf haben. Das war ja rund um die Kölner Konstellation Anfang Dezember. Und also die Bedenken, das klingt jetzt sehr grundsätzlich, also das würde sie so wahrscheinlich explizit nicht formulieren, sondern ähnlich wie ich das auch am Anfang getan habe. Also die Konstellation ist sicher ein Rückschritt noch mal, auch in den Debatten, einfach weil das die Fragen, die wir hier auch behandeln, natürlich zu Recht auch aufwirft. Was ist da los und ist die Unabhängigkeit über diese Konstruktion sichergestellt? Und genau die Frage, an der Sie auch diskutieren, also die haben wir natürlich auch, also vor drei Jahren schon ein bisschen her, aber von links nach rechts und von rechts nach links gewälzt. Wie löst man das? Und wir hatten drei Maxime klar im Blick und werden auch, das kann ich einmal sicher deutlich sagen, das wird kein Modell für alle Ewigkeit sein. Das werden wir natürlich auswerten. Und da sind ja auch über die Berichtslegung und so Strukturen angelegt und müssen dann gucken, noch mal so oder finden wir andere Instrumente, zum Beispiel ein Gesetz, auch da arbeiten wir dran. Das war eben auch in der politischen Situation 2018, Fulda ganz frisch, MHG da, alle riefen irgendwie, der Staat muss Verantwortung, aber wenn man dann ins Detail geht, was meint wer damit, dann wird es echt knirscht. Also das muss man wirklich definieren. Und über das Kriterium Unabhängigkeit, Transparenz war uns wichtig und eben die Beteiligung Betroffener, das ist ja ein ganz starker Ast in der Erklärung. Das haben wir so gebaut und wir müssen sehen, auch über die Berichte aus den Kommissionen, ob das trägt. Also gerade das Element, die Kritik höre ich nicht zum ersten Mal und kann sie gut nachvollziehen und wir denken da auch viel drüber nach, müsste man das anders bauen. Das ist ja eine Konstruktion darüber richtig, das steht da so drin, der Bischof beruft. Und wieder, weil Sie haben das explizit zitiert, wir waren aber schon auch von dem Gedanken getragen, dass wir gesagt haben, also die komplette Wegdelegation, wir hätten die Frage auch an wen nicht beantworten können, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Kein Parlament und keine Regierung schreit hier, große Kommission machen wir, bis heute nicht, würde ich sagen. Also muss man eine neue Konstruktion bauen und muss Unabhängigkeit beginnen zu definieren. Wir haben Bänke gebaut, haben gesagt, okay, die Landesregierung muss mindestens einen Job machen, es war nicht überall so leicht, ihr müsst unabhängige Experten, die ihr für geeignet haltet, entsenden. Und das ist ein Element, die betroffenen Vertretungen aufgebaut, über die überhaupt die Beteiligungsstrukturen, die darüber Schub bekommen haben, ist auch nicht überall gelungen. Und eben die kirchlichen Vertreter, die wir als dritte Bank, wenn man so will, eingebaut haben. Und klar, das kann man kritisieren, da muss man sich ja draufschauen, funktioniert das? Und wir haben uns eben für den Weg entschieden, schon über den Bischof, ihn auch, das war unser Gedanke, in die Pflicht zu nehmen. Und das kann man über den Akt einer Berufung durchaus tun, bei Klärung, dass der Arbeitsauftrag unabhängig gestaltet sein muss, dass er zu diesem Konstrukt auch steht, Empfehlungen annimmt und so weiter. Also so ein Rückenwindmodell, wenn man so will. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Und da werden die Kommissionen sicher berichten, was das an welcher Stelle befördert oder auch verhindert hat. In anderen Systemen diskutieren wir genau diese Frage. Also wir sind ja nicht nur mit den Kirchen befasst, mit dem Sport beispielsweise auch. Da wird mit viel Schub über das Innenministerium eine große Struktur, Zentrum für sicheren Sport aufgebaut, relativ einzigartig. Natürlich geht es um die Frage, welche Rolle hat der Deutsche Olympische Sportbund an dieser Stelle. Riesendialogformate, sind wir dabei, sind wir nicht dabei, geben wir Geld, geben wir kein Geld. Weil es immer an der Frage hängt, auch ist Unabhängigkeit eingeschränkt über die finanzielle Beteiligung. Das ist auch schnell formuliert, die müssen ihr Geld geben. Ja, aber was heißt das genau? Schränkt das Unabhängigkeit ein oder nicht? Also ich glaube, so richtig den Stein der Weisen, den man für jedes System ausformulieren könnte, haben wir nicht. Aber das stimme ich Ihnen total zu. Das sind die entscheidenden Fragen. Und ich würde wetten, es gibt auch da wieder in der Auswertung der Berichte ein differenziertes Bild. Das hängt wieder an Einzelkonstellationen. Und diese Einheitlichkeit auch auf Ordinariats- und Bischofsebene haben wir natürlich nicht. Das wissen wir alle. Da gibt es unterschiedliche Gemüter und Ansichten und Menschen. Das heißt, Sie haben durchaus auch solche Themen und Fragen auf Ihrer Liste. Falls es mal ein Refresh der gemeinsamen Erklärung geben sollte, dann sind schon, sage ich mal, Rückläufer da, wie man auf die Sache schaut. Ja, also da sind wir auch mit der DBK, also auch mit dieser konkret natürlich im Gespräch. Refresh ist ein schöner Begriff, den nehme ich mit. Und was wir auch im Kopf haben, das auch konkret auf dem Zettel, natürlich bekommen wir aus den Bistümern mit. Also man macht so ein Papier eine Erklärung und hat an jedes Detail nicht gedacht. Also es gibt Inhalte, die einer Auslegung bedürfen. Da haben wir schon Interesse daran, das auszugestalten. Beispielsweise ist auch bundesweit wahrgenommen worden über die Frage der betroffenen Vertretung im stellvertretenden Vorsitz in dem großen Ostbistumsverbund. Das ist sicher eine Konstellation, über die wir uns, bevor wir nächstes Jahr auswerten, mal Gedanken machen müssen. Das werden wir auch tun. Das muss man klären. Erhoffen Sie sich Veränderungen von der Bundesregierung? Es gab ja im Koalitionsvertrag erstmal eine Ankündigung zu der Thematik. Was soll der Staat konkret vielleicht noch an gesetzlichen Änderungen oder Voraussetzungen schaffen, damit sie da besser agieren könnten? Ja, also das haben Koalitionsverträge so an sich. An mancher Stelle sind sie explizit und deutlich, an anderen Stellen nicht. Das heißt, das liegt bei uns. Das ist aber ja auch gut, das jetzt schon auch mit auszugestalten, mit dem Familienministerium, wo wir organisatorisch angesiedelt sind. Aber die sitzen ja im Kabinett und bringen sowas ein. Also für das Amt selber soll es eine gesetzliche Grundlage geben. Das ist sowas sind sicher Instrumente und Ausdruck von politischem Willen. Das macht man nicht, wenn man als Bundesregierung davon ausgeht, in drei Jahren ist das Thema dann endlich mal durch und dann schaffen wir das wieder ab. Aber das, was die so richtig spannenden Punkte sind, sind, wie wird da Aufarbeitung gestaltet? Und da ist das Bild nicht total klar. Wir vertreten die Position und sind da auch in guten Gesprächen, auch mit dem Familienministerium, dass es überhaupt auch eine gesetzliche Verankerung von Aufarbeitung als Struktur auf Bundesebene braucht. Das würde konkret, wir haben ja auch eine Kommission beim Amt, die fast 2000 Anhörungen inzwischen durchgeführt hat, die arbeitet ohne eine gesetzliche Grundlage. Da muss man eigentlich, ich bin keine Juristin, aber ich habe gelernt, Anhörungen auf der Basis, das ist ganz, ganz wichtig und ist mit allem politischen Rückenwind, aber das ist auch abgesichert, aber es wäre sehr viel mehr Ausdruck von dem politischen Willen, das ganz klar zu implementieren. Und wir müssen darüber debattieren. Da bin ich gespannt, wie die Diskussion läuft. Also wir müssen daran, auch über ein Bundesgesetz oder auch landesgesetzliche Regelungen, individuelle Rechte von Betroffenen zu formulieren, für verschiedene Systeme, Akteneinsichtsrechte zum Beispiel und auch institutionelle Pflichten. Was würde das heißen, wenn es ein individuelles Recht auf Aufarbeitung gibt, was würde das konkret für die Betroffenen bedeuten? Also man muss dann übersetzen, das könnten Sie wahrscheinlich viel besser als ich, was sind denn die Interessen? Akteneinsichtsrecht, klare Ansprechstrukturen auch, Entschädigung aber nicht nur. Und da muss man jeweils schauen, okay, wo sind die Bereiche für das System Kirche, aber auch für andere, wo würde man das regeln und wie muss man die Institution in die jeweilige Pflicht holen? Herr Norput, was müsste in so einem Gesetz stehen? Das individuelle Recht auf Aufarbeitung. Ich glaube, das ist ein absolut zentraler Punkt, weil von da aus gehen ganz viele Dinge ab. Und das eben nicht nur im Raum der Kirche, sondern egal wo, überall da, wo sexualisierte Gewalt und Missbrauch passiert. Was haben wir im Raum der Kirche? Wir stellen fest, dass die Gerichtsbarkeit nicht mehr funktioniert, weil wir im Verjährungsbereich sind. Wir stellen fest, dass es völlig unterschiedlichste Ansätze von Aufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche gibt. Wir stellen fest, dass auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit eine unterschiedliche ist, weil das, was zum Beispiel die Diözesen herausgeben, die Studien der einzelnen Misstümer, ja keine Aufarbeitungsstudien sind, sondern nur Analysen von Missbrauchsgeschehen aus bestimmten methodischen Blickwinkeln. Köln, rein juristisch. Was das gebracht hat, wissen wir. Münster, hochspannender historischer Ansatz, der das gesamte Milieukirche in den Blick genommen hat. Eben nicht nur Kleriker oder einige Kleriker, wenn ich aus dem aktuellen Brief aus Rom und die daraus sprießende oder fließende Ignoranz römischer Würdenträger mal entnehme. Entschuldigung. Wir werden innerhalb der nächsten drei Wochen im Bistum Essen eine Studie bekommen, die einen sehr, sehr stark soziologischen Charakter haben wird. Also auch noch mal sehr, sehr stark in die Milieusituation hineingeht, um zu gucken, was ermöglicht, eben nicht nur auf der klerikalen Seite, sondern eben in der Sozialstrukturkirche Missbrauch. Also eine unfassbare Bandbreite systemischer Analysen. Mein eigener Fall, der verjährt ist, wo ich als Betroffener keine Möglichkeit habe, Gerechtigkeit zu spüren, wäre damit weg. In Essen ist er zum Glück Bestandteil dieser Aufarbeitung, also dieser Analyse gewesen. Aber es ist ein Einzelfall. Was würde jetzt ein Recht auf Aufarbeitung quasi, wie würde das diese Mechanismen beeinflussen? Die Verpflichtung, dass jeder Betroffene die Möglichkeit hat, seinen eigenen Fall durch eine entsprechend zu definierende Institution aufarbeiten zu lassen, um klar und deutlich nach draußen transportieren zu können, ich bin das Opfer. Ich bin der Überlebende. Und nicht ein namenloses, waberndes Etwas in einer Institution, die sich im Rahmen der Kirche zum Beispiel seit Jahrzehnten strukturell intensiv Mühe gegeben hat, genau diese Situation zu verhindern. Und dazu gehört am Ende auch als individuelles Recht eben, die eine Seite ist die Aufarbeitung, also den Fall tatsächlich aufzuarbeiten, dazu gehört aber auch, dass Betroffene das Recht haben, Akteneinsicht zu bekommen. Und nach hinten raus ergibt sich daraus auch eine Rechtsgrundlage für die Aufarbeitungskommission, denn auch die arbeiten in den Bistümern im Moment ohne Rechtsgrundlage. Und als kleine Anekdote, was kümmert man sich als Mitglied einer solchen Aufarbeitungskommission als erstes? Es geht um die Haftungsfreistellung des Bistums, damit Juristen, zum Beispiel wie die von Herrn Zollitsch, einem nicht an das eigene Portemonnaie gehen. Das ist Realität der Aufarbeitung in 2022 und 2023. Zu den Methoden haben wir nachher nochmal einen ganzen Block, aber ich möchte zwischendrin nochmal, Julia, zu dir kommen. Eines deiner Grundthemen ist ja auch die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Kirche und Religion in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Da ist Ostdeutschland ja in der Entwicklung ein paar Jahrzehnte voran, sage ich mal, gegenüber Oberbayern. Würdest du dir auch aus dieser Hinsicht manchmal wünschen, dass der Staat seine Standards stärker in der Kirche gelten macht und könnte vielleicht sogar das Standing der Kirche als Einrichtung in einer tendenziell immer kirchenferneren Gesellschaft, könnte das diesem Standing zuträglich sein? Ja, das führt jetzt, glaube ich, nochmal eine ganze Kurve raus, aber das würde ich aus der mittelostdeutschen Perspektive ganz klar bejahen. In Ostdeutschland sind Katholiken die Merkwürdigen, sind die, die rechenschaftspflichtig sind, sind die, die eben nicht in der Rolle sind, ihre eigenen Regeln zu machen oder zu sagen, wir spielen nach anderen Kriterien. Oder die nicht in der Lage sind zu sagen, na ja Staat, du kannst uns gerne ein bisschen helfen, aber eigentlich schaffen wir das auch selber. Sondern in Ostdeutschland muss eigentlich jeder kirchliche Akt gerechtfertigt werden vor einem Kriterienkatalog, der säkular verständlich ist. Und ich glaube, das ist eine ungeheure Erleichterung, auch eben, was diese Hybris ist, wir können es alle selber, wir können es selber deuten, wir können es selber aufarbeiten, wir können es selber arnten und wir können uns selber reinwaschen, dass das komplett zurücknimmt. Jetzt kann ich nichts dazu sagen, wie das mit den Aufarbeitungskommissionen in Ostdeutschland der Fall ist, in den Ostbistümern, da bin ich einfach zu wenig drin. Ich glaube, da gibt es auch Luft nach oben, vielleicht nochmal eine andere Luft nach oben. Aber so dieses Gesamtsetting, wer sind wir eigentlich? Ein Player, ein kleiner Player, ein sehr zu vernachlässigender Player in einer sehr pluralen Gesellschaft, das hilft, was die eigene Relativierung angeht, glaube ich, sehr, sehr stark. Ich bleibe nochmal ein bisschen bei der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ich habe den Eindruck, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema des sexuellen Missbrauchs durchaus schwankt. Also es gibt immer diese Wellen, wenn es mal ein paar Wochen sehr, sehr groß ist. Wir merken zum Beispiel dieses Jahr, wir hätten gedacht, dass das Interesse größer wäre, sage ich ganz offen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Aber es hätten auch doppelt so viele sein können. Nimmst du auch eine gewisse Ermüdung wahr? Und wie könnte man da gegensteuern? Zieht das Thema nicht mehr? Sagen die Leute, ich bin es leid, mich da mit auseinanderzusetzen, was da irgendwelche Leute für Verbrechen begangen haben? Und wie können wir als Kirche da auch gegensteuern, ohne es immer gleich wieder zu unseren eigenen Gunsten, sage ich mal, fruchtbar zu machen? Ich glaube, die Ermüdung gibt es. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Entlastungsfunktion. Wenn jetzt die katholische Kirche den schwarzen Peter übernimmt, dann haben wir das Thema auch irgendwie weg. Das ist, glaube ich, auch irgendwie menschlich, dass das so funktioniert und dass es dann unterschiedliche Peaks gibt. Gegensteuern, glaube ich, kann man vor allem über eine ganz saubere selbstkritische Analyse. Eine selbstkritische Analyse, die auf die einzelnen Strukturen guckt, die aber vor allem auch auf den Habitus dahinter guckt. Und auf innere Gewohnheiten guckt. Wir haben jetzt in Münster in der Studie noch mal neue Rollen im Grunde aufgemacht bekommen. Also wir haben es jetzt irgendwie gelernt, es gibt Täter und es gibt Opfer, es gibt Vertuscher. Und in Münster wurden die dann Beiständer genannt. Also Leute, die doch eine ganze Menge wussten, aber die irgendwie so mitgemacht haben. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass wir von allen diesen Rollen Anteile in uns haben und dass das nicht so klar ist. Also dass jetzt nicht, wenn man jetzt Täter, Vertuscher, Beiständer und Betroffene selber nimmt und alle anderen sind irgendwie raus, sondern dass dieses Gefälle, von dem ich vorhin sprach, oder die Missbrauchsanfälligkeit dieses Machtsystems Kirche, dass das Strukturen durchmischt, dass das Gewohnheiten, dass das die eigene Glaubensbiografie durchmischt, dass das eigene Gewordensein in der Kirche davon betroffen ist. Also dass wir auch alle mit unserem Denken, mit unserem Beten, mit unserem Glauben ein solches anfälliges System, prekäres System mitstützen und davon aber auch gleich darunter zu leiden haben. Also das ist etwas, was mir immer deutlicher geworden ist, wie vernetzt das alles ist auf einer thematischen Ebene, aber eben auch bis in die individuellen Rollen hinein und da eine gute Analyse zu machen. Wo kann man da wirklich auch als Theologie, vielleicht nicht als Kirche, aber als Theologie gut reingehen, da eine saubere Analyse zu machen und das auch beim Namen zu nennen, das würde ich einen ganz wichtigen Punkt sehen. Vielleicht können wir das sogar besser als Sportvereine, weil wir einfach geübt sind, solche Analysen zu machen und Begriffsschärfe zu pflegen und so weiter. Das heißt, Sie müssten das methodische Instrumentarium ausweiten, eine andere Frage ist aber, Bernhard, auch was ist mit den Instrumenten, die wir schon haben? Ich hätte ehrlich gesagt, als wir vor einem Jahr hier standen, habe ich gedacht, wenn wir die Folgeveranstaltung machen, dann haben wir aus kirchenrechtlicher oder überhaupt juristischer Sicht einen ganz anderen Stand an Klarheit als vor einem Jahr. Ich dachte also, da sind ja offene Fragen aufgeworfen, es gab ja auch Reaktionen, Papst Benedikt hat sich geäußert, Kardinal Wetter hat sich geäußert, Dominikan Wolf hat sich geäußert und da sind ja durchaus strittige Dinge drin. Ich hätte erwartet, dass sich jetzt alle Kanonisten darauf stürzen und das aufarbeiten und dass wir dann irgendwann einen Stand haben, so der hat Recht, der hat Unrecht. Ist mir das entgangen oder gab es das nicht? Oder wie ist da der aktuelle Kenntnisstand? Ja, die Erwartung kann ich nachvollziehen. Sie ist gleichwohl nicht realistisch, denn wenn man sich einfach mal klar macht, wie viele tausende Seiten da jetzt in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Diözesen mit ganz unterschiedlichen methodischen Ansätzen, Herr Nordpott hat es gerade angesprochen, verfasst worden sind, da muss man die auch erstmal alle lesen. Und wenn man sie nicht nur wie ein Krimi liest, sondern begutachten will, also aus einer fachlichen Perspektive einordnen und bewerten will, dann kostet das einfach sehr viel Zeit. Damit geht es schon mal los. Und die meisten Kanonisten, die das unabhängig tun könnten, sind ja in anderen Jobs und müssen das neben Forschung und Lehre an der Universität noch machen. Also natürlich reicht das Thema auch in unser Fachgebiet rein, aber man könnte im Moment dranbleiben, nur diese Dinge quasi zu begutachten, eine nach der anderen. Und dazu kommt, sie sind eben alle so unterschiedlich, dass man sich im Prinzip in jede der Diözesenuntersuchungen auch eigens neu reindenken muss. Und das Stichwort Unabhängigkeit wird in Köln ganz groß geschrieben in Bezug auf das Gerke-Gutachten, also das Gutachten der Strafrechtskanzlei Gerke und Kollegen, glaube ich, das im Erzbistum Köln konsequent bis heute und medial mit ordentlich Power aus der Pressestelle als unabhängige Untersuchung verkauft wird, sage ich jetzt mal so ungeschützt. Und da ist Geld reingeflossen, ähnlich wie in die Münchner Gutachten viel Geld geflossen ist, wie in das Aachener Gutachten Geld geflossen ist und in das Berliner, das sind die, die mir spontan einfallen, die nämlich alle von Anwaltskanzleien geschrieben worden sind. Und Anwaltskanzleien, die man für ein Gutachten bezahlt, über dessen Veröffentlichung man nachher selber entscheiden kann, wie in Köln vorgeführt, verdienen das Etikett Unabhängigkeit aus meiner Sicht nicht. Aber auch diese anwaltlichen Gutachten sind ja wieder in sich ganz unterschiedlich. Wenn Sie uns erinnern, dass das WSW-Gutachten in Köln nicht veröffentlicht werden durfte, wegen angeblicher oder tatsächlicher methodischer und fachlicher Mängel, stattdessen ein neues Gutachten beauftragt worden ist, das anders ansetzt. Die gleiche Kanzlei WSW, aber Aachen und München, das ist ja der Anlass ein Jahr nach dem hiesigen Gutachten, begutachtet hat und dafür sich als schonungslose Aufklärer hat feiern lassen oder feiern lassen konnte, das sei dahingestellt, dann wird ja klar, du musst mit jedem Gutachten neu anfangen, dir klar machen, was passiert da, was passiert da nicht. Die kirchenrechtliche Qualität des Gerke-Gutachtens ist nicht so hoch, wie ich finde. Jurist bin ich nicht, aber da sagen andere, juristisch ist das in mancher Hinsicht gut, aber der Verfasser vertritt eine Einzelmeinung oder zumindest eine Mindermeinung, abweichend von der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Also all diese Dinge, wer gewichtet was wie, Amtshaftung, was ist ein Ordinarius, woran wird Verantwortung im kirchenrechtlichen Kontext gegeben, das muss man für jedes Gutachten einzeln auseinanderklamüsern und das kostet einfach richtig viel Zeit. Und in Köln hatte es den Effekt, um das zumindest noch kurz gesagt zu haben, dass durch die rein juristische Perspektive es um reine Pflichtverletzungen im juristischen Sinn ging und auf dieser Grundlage sich jetzt Bischöfe darauf berufen, sie hätten ja nur moralisch sich falsch verhalten, aber nicht juristisch. Und das gilt dann, Achtung, aus dem Mund katholischer Bischöfe als Entlastung. Da sind die anderen, also Münster kenne ich und auf Essen freue ich mich, also da habe ich eine deutlich größere Sympathie, weil da auch realistischer nämlich auf die Strukturen drum herum geguckt wird. Nicht nur, welcher Amtsträger hat was nicht getan, gemeldet, verfolgt oder was auch immer, sondern auch geschaut, wer hat denn mitgewusst, wer hat denn etwas gewusst und nichts unternommen. Vielleicht war er nicht rechtlich verpflichtet, was zu unternehmen, aber doch mal sicher moralisch. Und das scheint mir jetzt in den sozialwissenschaftlichen oder historischen Gutachten deutlich besser zu gelingen. Aber nochmal, für jedes Gutachten brauchst du unterschiedliche und je neue Expertise, um die angemessen einzuordnen. Da würdest du sagen, das gibt die Innung im Grunde gar nicht her an Kapazitäten, um das wirklich in dieser Präzision, mit diesem Aufwand zu betreiben. Das führt mich immer zu, was passiert eigentlich in der UBSKM im Amt mit diesen Gutachten? Werden die dort, also gelesen sicher, aber werden die aufgearbeitet, werden die analysiert? Geht da Manpower oder Womenpower rein? Ja, geht sie. Sicher nicht in dem Umfang auch, wie wir das gerne würden. Also neben den, also auch die anderen Bereiche, eben den Sport als kleines System, das natürlich riesig ist und so genannt, das ist auch unser Job, unsere Verantwortung, also aufgeteilte Kräfte. Also man müsste tatsächlich also den Angang wählen, natürlich. Und das, also der übergeordnete Gedanke, deswegen blicke ich auch mit Spannung auf die Auswertung zu dem, was jetzt für den katholischen Bereich über die gemeinsame Erklärung entstanden ist. Also ich habe da auch durchaus Respekt vor. Wie binden wir das zusammen? Also wie wir über, also 27 Berichte werden es nicht sein, es gibt Verbundbistümer, aber das ist also die übergeordnete Struktur, die das auswertet. Also natürlich ist die Bischofskonferenz als übergeordnet, das ist nicht rechtlich korrekt, aber als einfach die Bundesstruktur in der Verantwortung, auch wir als Amt natürlich, Bundesregierung insgesamt wird ein Interesse daran haben, aber das ist eine Herkulesaufgabe, das ist Wahnsinn, das nebeneinander zu stellen. So ist das einfach nicht angelegt. Also viele dieser Gutachten sind ja, wir nennen das immer, untechnisch Tiefenbohrungen nach MHG. Also es gab MHG mit ohnehin einem bestimmten methodischen Ansatz, interdisziplinär aufgestellt und dann in Einzelbeauftragung diese ganz verschiedenen methodischen Ansätze. Und ich habe nichts gegen Juristen und auch nichts gegen juristische Gutachten und bin auch keine Expertin in der Methodik, nehme auch die Unterschiedlichkeit wahr und kann nur feststellen, das haben Sie eben also ganz bescheiden gesagt, aber da verschwindet der eigene Fall hinter einer Zahl. Das ist eigentlich nicht das, was wir auch mit Aufarbeitung meinen. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass Öffentlichkeit diese Zahlen besonders gerne wahrnehmen. Also wenn ich als Amt darauf schaue, welche auch Presseanfragen wir nach so einem Gutachten kriegen, dann sind das genau die. Wie viele Täter, wie viele Betroffene, wie viele Köpfe sind gerollt und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass das keine unwichtigen Fragen sind, aber die sozialwissenschaftlichen, historischen Analysefragen sind natürlich für den Blick nach vorne und was müssen wir tun, total wichtig. Also kein System wird sagen können, und das Thema haben wir durch, wir nehmen uns das Nächste, weil wir in Kirche, in Sport, in Jugendverbänden und Schule und sonst wo, also findet Missbrauch ja weiter statt. Das heißt, es muss uns gelingen, in den unmittelbaren menschlichen Bereichen, nehmen wir mal die katholische Kirche, also in die katholischen Gemeinden, dieses Thema in einer Art und Weise zu bringen. München hat das relativ deutlich gemacht, in einer Art und Weise zu bringen, die genau die Mechanismen, die Frau Knopp auch beschreibt, also für jeden verständlich macht, ohne zu verschrecken und es wieder zum Tabu zu machen. Aber das ist, spreche ich als Psychologin, das ist, als Täterstrategie, ist ein ganz wesentliches Element die Manipulation des Umfeldes. Und das kriegen wir alle nicht mit. Und das ist so wichtig, ohne mit menschlichem Grundmisstrauen durch die Welt zu laufen. Das wollen wir alle auch nicht, aber das muss man ja gescheit vermitteln und auch in kirchliche Werte einordnen. Und da liegt, glaube ich, vor Gemeinden auch noch eine echte Aufgabe. Das gebe ich jetzt nochmal an Sie weiter, Herr Norbert. Ich hatte Sie da vorhin so ein kleines bisschen abgewirkt, als Sie bei der Methodenfrage waren es. Ja, eben unterschiedliche Gutachten, die von unterschiedlichen Akteuren erstellt werden und unterschiedliche methodische Ansätze haben. Wo ist da Ihr Favorit? Also wovon versprechen Sie sich als betroffenen Vertreter die Ergebnisse, die am ehesten an dem dran sind, was Sie eigentlich wollen, nämlich, dass der Einzelfall nicht hinter der Analyse der Strukturen verschwindet? Also was die Dürzesanen-Studien angeht, freue ich mich auf die Essener-Studie A, weil ich ein Kind dieses Bistums bin, B, weil ich seit zwei Jahren an dieser Begleitgruppe diese Studie begleite und weil sie tatsächlich einen Bogen spannt von dem historischen Methodenansatz hin zu einem sehr, sehr stark soziologischen. Man muss nochmal sehr, sehr deutlich unterscheiden zwischen den Analysen von Missbrauchsgeschehen in den Bistümern und Aufarbeitung, und zwar individuelle Aufarbeitung. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und das muss uns einfach gelingen, in die Öffentlichkeit hinein zu transportieren. Ein Beispiel ist, finde ich, ein Paradebeispiel, wo das hinführt, ist dieses Kölner Gutachten. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen, was die rein juristische Methode angeht. Der massivste Zündstoff für Betroffene in diesem Gutachten sind zwei Punkte. Weil Sie gerade gesagt haben, welche Köpfe oder irgendeiner hat gesagt, Köpfe sind gerollt. In Köln ist das Singular. Kopf, nämlich der ehemalige Offizial, den ich auch, das ist ein anderer Punkt, mein Fall wurde auch dort verhandelt oder behandelt und ich durfte mich fünf Klerikern im Rahmen eines kirchenrechtlichen Verfahrens eröffnen. Und ich war davon, also mit meiner heutigen Sprachfähigkeit hätte ich draußen mit dem Kölner Stadtanzeiger oder dem WDR gesprochen, aber nicht mehr drin im Offizialland. Das Problem in dieser Kölner Studie ist zum Beispiel, dass Sie auf mehreren hundert Seiten mehrere hundert Fälle sexualisierter Gewalt und Missbrauch haben, wo aber die Aktenlage so desaströs ist, dass es eben nicht zu einer sauberen, zu juristischen Verantwortungszuordnung kommt. Das heißt, da fallen hunderte von Fällen in der Wahrnehmung weg und Sie haben damit in hunderten von Fällen ein unfassbares Retraumatisierungsrisiko, weil jedes Opfer, jeder Betroffene, ich benutze gerne auch die Formulierung, jeder Überlebende dieser Taten, genau weiß, wo er, auf welcher Seite dieses Gutachtens er steht. Das heißt, da ist ein riesen unfassbarer medialer und finanzieller Wirbel betrieben worden, mit dem Ergebnis, dass es einen Verantwortlichen gibt, den man ohnehin in diesem Bistum bereits über Jahrzehnte hinweg gerne da gesehen hat, wo er jetzt ist, nämlich im Ruhestand. Das ist die Problematik. Also grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Aufarbeitung und der Analyse eines Missbrauchsgeschehens und auch der unterschiedlichen Professionalität der Herangehensweise. Wir haben heute Spieltag der Deutschen Bundesliga. Normalerweise würde ich nicht in diesem Stadion sitzen, sondern in dem schönsten Fußballstadion der Welt, nämlich in Gernsekirchen. Das Ergebnis wäre sicherlich nicht so hoffnungsvoll, aber das ist eine andere Frage. Sie haben in der Bandbreite Kreisliga bis Champions League. Und ich kann Ihnen sagen, die größte Anzahl der Mannschaften spielt in unteren Ligen. Jetzt nochmal zum Thema Analyse der Ursachen. Das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, was der Synodale Weg machen will. Er will auf die tiefer liegenden, strukturellen, systemischen Ursachen gehen. Und da sieht sich der Synodale Weg ja immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, er würde eigentlich auf dem Ticket der Aufarbeitung und der Ursachenforschung eigentlich nur Reformprojekte pushen, die man sowieso schon auf der Agenda hatte und die ursächlich mit dem Missbrauch gar nicht viel zu tun haben. Ich würde dich gerne bitten, mal an einem Beispiel zu erklären, warum du den Zusammenhang sehr wohl erkennst. Und vielleicht nehmen wir einfach ruhig das umstrittenste Beispiel, wo nämlich das Papier nicht durchgegangen ist, weil die bischofliche Mehrheit nicht zustande kam. Leben in gelingenden Beziehungen. Und wie kann man in der Zeit, die Rabbinen sagen immer, in der man auf einem Bein stehen kann, erklären, warum das, was in dem Papier steht, tatsächlich systemisch an den Ursachen des Missbrauchs anpackt und nicht einfach eine alte, andere Agenda abarbeitet? Ja, das ist jetzt nicht ganz trivial, das Pferd von hinten irgendwie aufzuzäumen. Ich glaube, ganz entscheidend ist die Frage, wo setze ich oder wo nehme ich Missbrauch im Systemkirche wahr? Und Systemkirche, da meine ich Strukturen, da meine ich aber auch Theologie, Selbstverständnis, da meine ich Spiritualitäten. Also wie kriegt man diesen Zusammenhang hin? Denn der Vorwurf ist ja, ihr benutzt Missbrauch, was ganz Schreckliches, wo alle sofort sagen, da muss man was tun, um was ganz anderes, was damit nichts zu tun hat, zu beheben. Und das heißt, die Nachweispflicht besteht darin, diesen Zusammenhang zu zeigen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Häufung von Missbrauchsdaten, einer bestimmten Qualität, Qualität jetzt nicht Niveau, sondern einer bestimmten Farbe, und kirchlicher Lehre, kirchlichen Strukturen, kirchlichen Gewohnheiten. Und ich glaube da, nochmal zurück, und dieser durchgefallene Text, der also von einer Minderheit, Minderheit, aber immerhin doch irgendwo 36, 40 Prozent, sowas der deutschen Bischöfe, 21 an der Zahl, die da waren, abgelehnt worden sind, das ist im Grunde ein Produkt einer bestimmten Wahrnehmung. Also dieser Text, der die Sexualethik neu aufstellen will, nämlich aufhängen will an der Qualität einer Beziehung von Sexualpartnern und an der Integrität und Autonomie der eigenen geschlechtlichen Identität, der macht genau das, oder der will genau das verändern, was als prekär und missbrauchsanfällig wahrgenommen wird. Das ist jetzt quasi von hinten aufgezeigt. Aber ich glaube, einfacher wird es, wenn wir zwei Wahrnehmungen unterscheiden. Eine Wahrnehmung ist die, die sagt, Missbrauch ist ein Fremdkörper im System Kirche. Das System Kirche ist eigentlich gut. Die Kirche ist eigentlich heilig. Das Problem ist der Mensch. Die Lehre ist gut, die Moral ist gut, die Ämterstruktur ist gut, die Hierarchie ist gut und nicht nur gut, sondern Gott gewollt. Das Problem sind einzelne schwarze Schafe und die muss man möglichst raus irgendwie exkommunizieren oder irgendwie bessern oder irgendwas muss man mit denen machen, aber man setzt individualethisch an. Wenn man so ansetzt, ist eigentlich klar, man muss das System stärken. Denn da ist Missbrauch etwas, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält, wenn man der Morallehre widerspricht. Das ist eine Wahrnehmung, die vor allem die Kritiker des Synodalen Weges in Deutschland teilen und die bis hinauf in die oberste Leitungsspitze, sogar bis hinauf zum Papst, würde ich sagen, getragen wird. Die heilige Kirche, einzelne schwarze Schafe, also muss man die schwarzen Schafe rausschmeißen, aber das heilige System eigentlich weiter stärken. Das heißt, eine binäre Geschlechteroptik weiter stärken, Homosexualität weiter verurteilen, priesterliche Sexualität weiter tabuisieren, das Machtgefälle, das amtlich-klerikale Machtgefälle weiter stärken. Diese Perspektive ist eine, die der Synodale Weg vom Grundsatz her eigentlich hinter sich gelassen hat. Und da ist jetzt die Grundüberzeugung, im Missbrauch zeigt sich nicht etwas der Kirche Fremdes, sondern etwas zutiefst Eigenes. Missbrauch als Machtmissbrauch, als Gewalt, vor allem in sexualisierter Form, ist Symptom eines prekären Systems. Missbrauch entsteht, wenn man sich an die Regeln hält. Das klingt jetzt vielleicht erst mal komisch, man kann das an dem Begriff Klerikalismus vielleicht deutlich machen. Klerikalismus als eine Überzeichnung, Überhöhung einer Ständeordnung und einer Über- und Unterordnung von Klerikern und Leiden. Jetzt kann man sagen, kann es das in der Kirche überhaupt geben? Wenn wir in die liturgischen Normen gucken, in die Ordnungen gucken, dann ist jeder Kleriker, der sich klerikalistisch verhält, richtig. Dann hält er sich an die Regeln, dann tut er, was er soll. Und wenn Klerikalismus quasi als Einstiegs, nicht Einstiegsdruck, aber irgendwie als Beginn von Gewaltverhältnissen, von missbräuchlichen Machtverhältnissen geschrieben wird. Und wenn man sagen kann, Klerikalismus in dieser Hinsicht ist im System gewollt, dann ist Missbrauch ein Symptom eines Krankensystems, das entsteht, wenn man dieses System ernst nimmt und wenn man sich an die Regeln hält. Das heißt, diese beiden Wahrnehmungen sind grundverschieden und sie haben auch grundverschiedene Lösungen. Wenn Missbrauch ein Fremdkörper ist, muss sich das System stärken. Wenn Missbrauch aber Teil, Konsequenz, Symptom eines Krankensystems ist, dann muss ich systemisch ansetzen. Und das ist der Punkt, der bis hinauf nach Rom einfach nicht akzeptiert wird. Das ist letztlich eine Wiederauflage einer alten Debatte. Kann man sagen, die Kirche selbst ist sündig oder gibt es nur einzelne Sünde in der an sich heiligen Kirche? Ich glaube, die Realität hat uns inzwischen so weit belehrt und auch die Analysen haben uns so weit belehrt und keine Missbrauchsstudie hat das entkräftet, dass wir selbstverständlich sündige Strukturen, dass wir Wurzelsünden, wenn man jetzt diese alten Begriffe mal nehmen will, in der Kirche haben. Das heißt, wir müssen systemisch ansetzen und können nicht nur den einzelnen Täter, den einzelnen bösen Menschen rausschmeißen oder ahnden. Aber grundsätzlich würdest du sagen, beide Lesarten, die da konkurrieren und die nicht miteinander vermittelbar sind, lassen sich im Grunde jeweils intern auch störungsfrei denken? Naja, die lassen sich so lange störungsfrei denken, wie ich die Realität außen vor halte. Also ich glaube, wenn ich die Augen aufmache, kann ich nicht anders als, also es ist natürlich schmerzhaft und das ist auch beschämend und das ist ätzend und so, aber nach jetzt, also jetzt im 13. Jahr halboffizieller Missbrauchsaufarbeitung kann ich doch nicht mehr umhin zu sagen, es liegt auch was im System selbst schief. Und kirchliche Doktrin, insbesondere im Bereich der Sexualität, ist nicht in jeder Hinsicht lebensförderlich. Es hat sogar lebensverachtende und menschenverachtende Züge und da muss man dran, da kann man nicht sagen, aber die Kirche ist heilig und wir wissen den Willen Gottes ganz genau. Hand aufs Herz, welche Chancen räumst du weltkirchlich dieser von dir favorisierten Lesart ein, dass eben nicht nur der Einzelne, sondern auch das System Kirche schuld auf sich geladen hat, dass die Kirche pekatrix ist? Relativ wenig, weil es tatsächlich zu so einem konfessionellen Marker geworden ist, die evangelische Kirche kann die Kirche sündig, denken die Katholiken aber nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief drin. Vielleicht auch, weil wir im deutschsprachigen Bereich diese analytische Schärfe auch immer hochdrehen und das ist, glaube ich, nicht typisch für andere Weltgegenden. Da bringt der weltkirchliche synodale Prozess vielleicht da auch nochmal in anderen Gegenden etwas hervor, aber gut, das werden wir beobachten müssen jetzt in der nächsten Zeit. Na gut, da werden zumindest die Themen benannt. Also es werden dieselben Reformthemen benannt, das ist völlig klar, das sind die Themen Machtgefüge, Amtsverständnis, Frauenbild und Sexualität, das ist all überall, das sind keine westdeutschen oder westlichen spinnerten Themen, das ist völlig klar. Aber das jetzt wirklich auf diese theologische Ebene zu bringen, da sehe ich uns noch relativ alleine, zumal es sehr stark auch bekämpft wird. Ja, vielen Dank an dich, aber an alle vier. Wir sind am Endpunkt unserer ersten von drei Runden angekommen. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.